Yo Leute was geht hier ist Basti von ZOMIS GERMANY mit einem neuen Tutorial und zwar diesmal auf der Map The Giant wie man über fünf Perks hinauskommt oder ein Perk kostenlos bekommen kann. Zwar ist das eigentlich recht einfach da muss man nicht viel für machen. Zwar muss man nur mit dem Teleporter sobald man alle drei verbunden hat muss man einfach nur mit dem mit einem von den drei Teleportern zur Base fahren und auf so einen random Drop warten. Dann kommt dann manchmal eine Nuke, Double Points, Instant Kill, Max Ammo und ab und zu kommt dann auch eine Perk Flasche. Das seht ihr jetzt und das könnt ihr halt wenn ihr zum Beispiel in einer hohen Runde seid und genug Geld habt um das jede Runde paar mal zu machen könnt ihr es halt so oft machen wie ihr wollt bis ihr als fünf Perks bekommt. Das ist ein recht einfacher Weg. Kostet zwar dann auch im Endeffekt so viel als wird man den Perk kaufen aber man kann halt wie gesagt über vier Perks hinauskommen. Für High Round ist das natürlich sehr gut. Das war's schon mit dem Video und falls euch das gefallen hat gebt einen Daumen nach oben und es kommt jetzt auch noch in ein paar Stunden direkt hier nach ein Video wie man hier auf der Map The Giant andere Perks außer den fünf bestehenden bekommen kann und zwar Deadshot Daquiri oder Stamin Up. Das seht ihr in ein paar Stunden also und sonst guckt einfach auf den Kanal dann wird es da schon sein und es kommen noch viele andere Videos. Also bis zum nächsten Mal haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.